Da sind wir hin. Jetzt wird spannend. Gabriel Widmer mit der 51. Alles, alles Gute für diese Fahrt. Oh, da staubt es ordentlich auf. Was ist passiert? Der Crash von Gabriel Widmer, das darf nicht wahr sein. Der Österreicher bei der Einfahrt in dieses Waldschiff mit dem Crash. Chancenlos, meine Damen und Herren. Aber ja, das wird bitter für Gabriel. Das tun wir selber sehr leid für ihn. 3, 0, 4, 18. Und somit ist es nichts mit einem Flussplatz. Es ist nur Platz 8. Wow, so hart kann Sport eben auch sein. Wow, guck mal. Wow, oh. Oh, shit. Oh, 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 oh. Musik Bis zum nächsten Mal! Das war's. 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 Das war's.